Trist, grau und ungemütlich. Das aktuelle Wetter ist einfach nur zum Verreisen. Wie viele Cottbusser sehnt sich auch Anna-Sophie nach Sonne, Strand und Meer. Ich möchte gern verreisen, weil es immer kälter wird und der Winter gleich vor der Tür steht. Und deshalb möchte ich unbedingt ins Warme fliegen, um mich auch von der harten Arbeit zu erholen. Doch einfach mal so in den Flieger steigen ist leichter gesagt als getan. Zunächst muss ja auch erst einmal das richtige Reiseziel gefunden werden. Anna-Sophie versucht es deswegen mit der klassischen Version, den Gang ins Reisebüro. Bei Last-Minute-Tours in der Berliner Straße berät Stefan Schmidt seit über 20 Jahren die Urlaubsreifen über die neuesten Trends und Reiseziele. Er weiß genau, welche Urlaubsländer im kommenden Jahr angesagt sind. Man kann sagen, dass es bei den Reisewünschen unserer Gäste keine sensationellen neuen Trends gibt. Nach wie vor die Balearen sehr groß im Kurs, die Kanaren sehr groß im Kurs. Es ist sehr groß im Kurs auch die italienische Südküste mit Kalabrien, Sizilien, Sardinien. Und auch die griechischen Inseln sind wieder im Kommen, sodass die griechischen Inseln, im Kauf, wo vor allen Dingen aber auch Rodos, Kos, auch die kleineren Inseln wieder sehr, sehr nachgefragt sind. Nach wie vor das beliebteste Reiseziel ist Deutschland. Doch die Fernreisen nach Asien, Australien in die USA und in die Karibik sowie Kreuzfahrten sind in der neuen Saison 2014 stark nachgefragt. Aber auch eine Reise in die vermeintlichen Krisengebiete ist möglich. Ich kann sagen, dass für Touristen weder in Ägypten noch in Tunesien und schon gar nicht auf einer griechischen Insel zu irgendeinem Zeitpunkt Gefahr bestand. Denn die Urlauberzentrum Holgada, Shamashik, die liegen hunderte Kilometer von den Unruheplätzen entfernt. Und wir haben E-Mails, Fax von Hoteliers aus Ägypten bekommen, die uns mitteilen, schickt uns eure Gäste, schickt uns eure Touristen, sie sind sicher. Sie werden hier betreut wie die Könige. Wir werden alles dafür tun, dass sie einen wunderschönen Urlaub haben. Die Kataloge für die Saison 2014 sind gerade frisch eingetroffen. Wenn auch sie ihren Traumurlaub für das nächste Jahr buchen möchten, Stefan Schmidt hilft ihnen im Last-Minute-Tours-Reisebüro bei der Suche nach dem passenden Reiseziel. Ich habe mich für ein Reiseziel entschieden, ich wurde sehr gut beraten und jetzt freue ich mich auf meinen Urlaub.